Ja, 30 Jahre Luckybike bedeuten für mich eine spannende Zeit. Also einerseits ist es schnell vergangen, wenn ich auf der anderen Seite drüber nachdenke, was Christian und ich da schon für Wegmarken hinter uns gebracht haben, dann ist es natürlich eine weite Reise. Wir haben zusammen an einer kleinen Uni in Ingolstadt studiert und wir haben uns dann irgendwann angefreundet, waren so eine Freundesklicke. Und es war so, dass wir mit Christian und ich und noch ein weiterer Freund immer gesagt haben, nach dem Grundstudium mussten wir ein halbes Jahr Praktikumssemester machen. Und da wollten wir nicht irgendwie ein langweiliges Praktikum machen, sondern wollten uns selbstständig machen. Ja, dann haben wir angefangen in Leipzig, haben eine alte Halle am Bahnhof, schön angepinselt von innen. Da mein Vater ja die Firma Radlbauer gegründet hatte und ich, genau wie meine Geschwister ja von der Pike auf, das Fahrradgeschäft erlernt habe, also ich konnte schon als Kind am Gummigeruch erkennen, welche Fahrradmarke das ist, sozusagen. Also ich hatte Ahnung von Fahrrädern und haben dann gesagt, komm, lass uns doch ein halbes Jahr Fahrräder verkaufen. Haben da Gebrauchträder reingestellt, weil unser Konzept am Anfang war Gebrauchträder verkaufen. Die haben wir im Westen eingekauft per Zeitungsinserat, wo dann ungefähr 500 Mal am Wochenende das Telefon geklingelt hat. Haben wir im Westen die Fahrräder gekauft, haben sie den LKW gepackt, hier rübergefahren, repariert, verkaufsfertig gemacht. Und einmal in der Woche, samstags, haben wir die hier in Leipzig am Bahnhof verkauft. Da standen Schlangen an der Tür. Und das hat sich dann auch rumgesprochen und dann war es irgendwann Kult. Am Samstag gibt es ab 9 Uhr bei Lucky bei Gebrauchträdern. Und selbst wenn wir dann mal eine Woche nicht so viel Werbung gemacht haben, standen die Leute da. Kann man sich nicht vorstellen. Es gab halt einen Riesenbedarf. Es war Nachwendezeit und es gab zu wenig Fahrräder im Osten. Und das hat richtig Spaß gemacht. Das war einfach eine geile Zeit. Dann haben wir natürlich im ersten Jahr doch immerhin nur an den Samstagen so viel Umsatz gemacht, dass wir am Saisonende gesagt haben, das können wir nicht aufgeben. Irgendwann nach einem super Verkaufstag habe ich an der Kasse gestanden und habe mir hier oben in die Brille so einen 100-Mark-Schein reingesteckt. Und das war schon damals natürlich eine Riesenfreude. Wenn du keine Erfahrung hast im Einzelhandel oder sowas jemals getan hast, dann sind die ersten eigenen Umsätze ein erhebendes Gefühl. Und dann war das jetzt der große Schritt, dass Christian und ich in dem ersten Jahr als Studenten recht gut Geld verdient haben. Und dann haben wir natürlich die ersten angestellt, dann hast du mehr Fixkosten und so weiter. Das hat bestimmt drei, vier Läden gebraucht, bis wir überhaupt wieder so viel hatten, wie wir vorher hatten. Das heißt also, wir haben dann in den ersten Jahren nicht viel verdient und dementsprechend natürlich auch nicht viel Rücklagen in der Firma lassen können. Und das war schon eine Herausforderung. Also dieses von ganz klein auf mittelgroß wachsen ist eine unternehmerische Herausforderung. Und da gab es viele Aufs und Abs und viele. Thomas hat dann mit seinem Vater in München eine Zeit lang die Firma übernommen und da haben wir dann ein getrenntes Geschäft gemacht. Und jetzt haben wir es vor zehn Jahren oder so, haben wir uns wieder zusammengefunden, alles unter ein Dach gepackt. Und dann gab es einen weiteren wirklichen Knackpunkt in der Luckybike-Geschichte. Wir waren ja viele, ein jahrzehntelanges Mitglied in der ZDG. Und dann gab es da einfach sehr, sehr große Unstimmigkeiten. Dann sind wir da ausgetreten und mussten von heute auf morgen uns selbst organisieren. Ja, die vielen Einbrüche, die wir hatten, sind nicht so tolle Erlebnisse. Und Corona war eine ganz krasse Herausforderung. Ich persönlich habe mich da auch kolossal verschätzt. Ich weiß es noch ganz genau. Drei, vier Tage vor dem Shutdown. Alle haben Fragen gehabt und die Banken haben Fragen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Fragen. Ich wusste ja auch nicht mehr. Und ich habe es mir nicht vorstellen können, dass wir von heute auf morgen alle vier Jahre in ganz Deutschland schließen müssen. Wir haben einfach Switch umgelegt und haben das Geschäft online gemacht und haben die Räder im Karton verschickt. Wir haben einfach unseren Schuh durchgezogen. Und jetzt muss ich mal eins ganz klar betonen. Diesen Schwenk von offline auf online, den konnten wir nur machen, weil alle Mitarbeiter durchgezogen haben. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft. Ganz einfach. Das war eine grandiose Leistung. Ansonsten fallen mir eigentlich nur schöne Geschichten ein. Und ich habe so viele Neueröffnungen noch im Kopf oder irgendwelche Aktionen, wo wir bis nachts um zwei vorbereitet haben und am nächsten Tag verkauft. Das ist das, was hängen bleibt. Und im Juli 2021, mitten in Corona, haben wir in Bielefeld eine neue Filiale eröffnet. Und die ist eben nicht nur eine Filiale gewesen, sondern das war ein Milestone, weil es unsere Firmenzentrale ist. Das heißt, wir haben eine riesen neue Filiale gebaut mit im ersten Geschoss einem Verwaltungstrakt. Wir kombinieren Filialgeschäft mit Verwaltung. Das bringt eine Nähe und das bringt auch eine gute Kommunikation. Die Filiale war wahrscheinlich das erste richtige Schatzkästchen, was wir gebaut haben. Und da haben wir unseren Spirit auch reingebracht. Also um es ehrlich zu sagen, kommt schon ein Gefühl des Stolzes auf. Das war der beste Zufall meines Lebens. Und jetzt brauche ich mich nur hier umgucken. Dann kenne ich da schon viele Typen seit Jahrzehnten. Und das finde ich so richtig stark. Naja, letzten Endes ist es fast immer noch so, dass jede Filiale für sich eine Art Familie darstellt. Und die dann auch in ihrer Freizeit was zusammen machen und einfach einen Spirit haben, den es, glaube ich, im Einzelhandel nicht so sehr oft gibt. Und wir versuchen, trotz Filialwachstum den Familienspirit und den Bezug der Geschäftsführung und der Leitungsebene zu den Filialen und zu den Mitarbeitern aufrecht zu erhalten. Und unser Bewusstsein ist ganz klar, das Geld wird hier auf der Fläche verdient. Hier auf der Fläche. Alle, die hier auf der Fläche arbeiten, tragen dazu bei, dass die Firma Luckybike erfolgreich ist. Also und ein Dank an alle Mitarbeiter kann ich jetzt auch noch mal wiederholen. Naja, die kommenden Jahre, wo geht es hin? Also ganz wichtig ist, dass wir weiterhin schauen müssen, dass unsere Schlüsselmitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin so viele Jahre mit an Bord bleiben. Wir haben ja nun mal in der Stammbeligenschaft eine sehr geringe Fluktuation. Und das ist ein Punkt, der uns bis heute unheimlich stärkt. Aus meiner Sicht relativ einfach zusammengefasst, wir wollen der größte Filialist in Deutschland werden. Und dann wird sicherlich auch irgendwann die Internationalisierung von Luckybike anstehen.